Deutschland fürchtet den Winter und die Energiekrise. Die löst erneut die Debatte um die AKWs aus. Lenken die Grünen jetzt doch ein? Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Grün-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, die schwurbelt in der ARD-Talkshow Anne Will ganz schön rum. Wir brauchen keine Laufzeitverlängerung, weil das, was die Atomkraftwerke leisten könnten, nicht relevant ist für das Problem, was wir in diesem Winter haben. Wir haben ein Sonderproblem, über das muss man sprechen. Und dieses Sonderproblem ist in Bayern entstanden, weil auf der einen Seite Horst Seehofer gesagt hat, Leitungen möchte ich nicht bauen, weil er sich nicht mit seinen Bürgerinitiativen überwerfen wollte. Viel Gerede also um die bösen Bayern. Dabei unterschlägt die Grünen-Politikerin, viele genau dieser Bürgerinitiativen werden von grünen Lokalpolitikern gepusht. Und in München sprechen sich gerade Grüne und SPD für eine Verlängerung von Isar 2 um 6 Monate aus. Eine Laufzeitverlängerung wird es nicht geben. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Sonderproblem um. Und dieses Sonderproblem kann heißen, dass diese Brennstäbe noch ausgebrannt werden müssen, damit man in Bayern über die Runden kommt. Das heißt nicht, das heißt übrigens nirgendwo mehr, dass wir einfach so weitermachen können wie in der Vergangenheit. Also halten wir noch mal für Sie fest. Göring-Eckardt will keinen Steckbetrieb mit AKWs, keine Laufzeitverlängerung also für die Atomenergie. Doch dann auf einmal die Kehrtwende. Göring-Eckardt erklärt sich als nächste Grünen-Politikerin bereit, AKWs doch am Netz zu lassen. Ich will das natürlich ein bisschen konkreter haben. Das heißt, Sie lassen einen Steckbetrieb zu. Das heißt, wenn es dazu kommt, dass wir eine wirkliche Notsituation haben, dass Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können. Wenn eine solche Notsituation eintritt, dann müssen wir darüber reden, was mit den Brennstäben ist. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserer Reporterin Annika Rasch. Annika, ist das, was Katrin Göring-Eckardt jetzt sagt, die grüne Kehrtwende? Fakt ist, die Grünen denken um. Und das Entscheidende ist nicht, was die Grünen sagen, sondern was sie nicht sagen. Und das Wort heißt Nein. Sie sagen also nicht Nein zur Laufzeitverlängerung, sondern sagen, man müsse sich diese Fakten einmal ansehen. Das war bis vor kurzem ziemlich unwahrscheinlich. Jetzt ist es eigentlich ziemlich wahrscheinlich. Denn auch Habeck hatte bis vor kurzem gesagt, eine Laufzeitverlängerung sei vom Tisch. Jetzt sieht es schon ganz anders aus. Und auch Außenministerin Baerbock hat mit meinem Kollegen Paul Ronsheimer gesprochen. Und da schien es auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich. In so schwierigen Entscheidungsprozessen ist es immer wichtig, dass man auf Faktengrundlagen jeden Schritt geht. Wir sind ja nicht ohne Grund aus der Atomkraft in Deutschland ausgestiegen. Jetzt sind wir in einer Notsituation, wo wir uns alles nochmal anschauen. Auch das? Hat Robert Habeck mit der Umweltministerin Steffi Lemke ja zusammen bereits einen ersten Test gemacht, ob es helfen würde mit Blick auf Atomkraftwerke? Annika, immer wieder sprechen die Grünen also von besonders schweren Zeiten, werden aber nie konkret. Was sind denn besonders schwere Zeiten? Ja, Sandra, da hast du recht. Sie werden da nicht ganz konkret. Die Grünen haben sich da auch noch nicht wirklich festgelegt. Göring-Eckardt hat eben gestern gesagt, dass diese besonders schweren Zeiten dann eintreten, wenn Krankenhäuser nicht mehr so richtig arbeiten können. Die Grünen-Spitze Baerbock und Habeck sehen das aber etwas anders. Die sagen, diese Notsituation ist jetzt schon da und diese Notsituation gibt es jetzt auch schon. Das Gas ist knapp und Putin ist unberechenbar und das kriegen jetzt auch die Grünen zu spüren. Vielen Dank, Annika Rasch.